Ich brauche ungefähr 20 Minuten. Inzwischen kannst du ja das Boot holen. Oh, ich bleibe lieber hier, für den Fall, dass was schief geht. Was sollte denn schief gehen? Das weiß man nie. Nicht ganz ungefährlich, in diesen Gewässern allein zu tauchen. Was meinst du denn, wie ich es die letzten zwei Jahre gemacht habe? Die sind vorbei und ich bin hier. Ich warte hier auf dich. Bitte, wenn du so besorgt um mich bist. Bin ich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Karin, was ist passiert? Kohlenmonoxid war in der Flasche. Ich habe es gerade noch gemerkt. Wer hat sie aufgefüllt? Bruce, aber ich darf nicht reden. Das ist zu anstrengend. Ich bring dich nach.